Höftabduktion mit Gymnastikball Den Oberkörper beugen, auf den Gymnastikball abstützen, und darauf das Körpergewicht verlagern. Ein Bein zur Gänze ausgestreckt, der Fuß leicht vom Boden angehoben. Ohne das Körpergewicht zu verlagern, die Gesäßmuskeln zusammenziehen, das Bein anheben, und ganz ausgestreckt halten. Für den Bruchteil einer Sekunde das Bein angehoben lassen, und anschließend langsam, in die Ausgangsposition zurückbringen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017